Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Infovideo. Heute geht es um das Thema betrügerische Gewinnversprechen am Telefon. Ältere Bürgerinnen und Bürger werden immer häufiger Opfer von Betrugshandlungen am Telefon. Das Vorgehen der Täter ist dabei außerordentlich facettenreich und reicht von Einforderung von Gebühren für die angebliche Teilnahme an Gewinnspielen bis hin zu gefälschten Gewinnversprechen. Callcenterbetrug Die Täter agieren aus Callcentern in der Türkei, geben sich als Rechtsanwälte oder Notare aus und informieren die Angerufenen beispielsweise über den angeblichen Gewinn eines hohen Geld- oder Sachpreises. Sie suggerieren, dass der Gewinn nur ausgezahlt werden kann, wenn der Gewinner in Vorleistung tritt. Also er soll Geld bezahlen, eine Gebühr. Es sollen im Voraus Gebühren, Steuern oder andere Kosten bezahlt werden. Eine Verrechnung mit dem Gewinn wird mit den komischen Betrügerbanden immer wieder abgelehnt. Die Opfer sollen die Beträge beispielsweise überweisen oder in bar an einen Abholer übergeben oder sogar per Post ins Ausland versenden. Einfach nur Wahnsinn. Unabhängig von der Zahlung erfolgt natürlich niemals eine Gewinnausschüttung. Ein Gewinn existiert schlichtweg nicht. Sind Bürgerinnen und Bürger nach Vorauszahlung Opfer eines solchen Betrugs geworden, so müssen sie damit rechnen, immer wieder von Betrügern angerufen und zu weiteren Zahlungen aufgefordert zu werden. So geben sich die Callcenter-Mitarbeiter auch als Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus und behaupten, dass sich die Angerufenen durch die Ersteinzahlung strafbar gemacht haben sollen. Tja, und das ist schon ziemlich beeindruckend, was die Betrüger sich hier tatsächlich einfallen lassen. Die Täter setzen ihre Opfer massiv unter Druck, wenn diese keine weiteren Zahlungen leisten wollen. Selbst wenn Opfer kein Geld mehr haben und alle Ersparnisse bereits aufgebraucht sind, lassen die Täter nicht von ihren Opfern ab und fordern sie dazu auf, sich Geld zu leihen oder einen Kredit aufzunehmen. Bei solchen Maschen wird sehr, sehr oft die Telefonnummer manipuliert. Um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen, manipulieren die Betrüger gezielt die eigene Rufnummer, die im Telefondisplay des Opfers erscheint. Dort wird die Rufnummer einer deutschen Stadt angezeigt, obgleich sich der Täter bei seinem Anruf in einem Callcenter in der Türkei befindet. Passend zu einem Anruf oder eher passend zu dem Anruf eines vermeintlichen Notars aus Hamburg wird auch eine Hamburger Vorwahl im Display erscheinen. Die Rufnummer kann man sich danach ja komplett selbst ausdenken. Ja, oder man geht einfach den Weg und setzt wirklich eine Rufnummer von irgendeinem Notar im Display ein. Nur wenn man dann dort zurückruft, tja und dann ist klar, was man da für eine Antwort erhält. Auch hier sollte man unbedingt aufpassen, nur weil die richtige Telefonnummer im Telefondisplay steht, heißt das noch lange nicht, dass der Anrufer auch wirklich echt ist. Dies sollte man in jedem Fall bei Zweifeln immer nachprüfen und die Rufnummer einfach direkt zurückrufen und schauen, wer dort dran geht. Oder vielleicht sogar niemand, weil die Rufnummer gar nicht existiert. Die Täter, die gehen auch immer perfider vor. Zum Beispiel gibt es auch Maschen mit der Anwerbung von Finanzagenten. Zum Beispiel, indem ihr euer Bankkonto für Transaktionsgeschäfte zur Verfügung stellt. Das heißt, die Opfer überweisen das Geld auf euer Privatkonto und ihr überweist dann zum Beispiel 90% weiter. Und 10% könnt ihr dann behalten. Also für den Aufwand, den ihr macht. Allerdings ist das verboten. Das fällt unter das Geldwäschegesetz. Eine Firma muss auch ihr eigenes Konto für irgendwelche Transaktionen benutzen und nicht private Konten. Das Problem ist, Nachschub für solche kriminellen Machenschaften gibt es leider zu Genüge. Alleine wenn man bei Facebook in einschlägigen Gruppen sucht und einfach mal nach Callcenter-Agenten oder Callcenter googelt, also direkt auf Facebook, bekommt man ziemlich viele Anzeigen, wo türkische Callcenter Mitarbeiter aus Deutschland suchen und eben auch beidsprachig sprechende Mitarbeiter suchen. Also türkisch und deutsch zum Beispiel. Oder türkisch, deutsch und englisch. Ja, und so ist es ziemlich leicht, dass diese Betrüger immer wieder neue Mitarbeiter finden. Denn es wird natürlich mit sehr, sehr hohen Gewinnversprechen für die Mitarbeiter geworben und auch auf Provisionsbasis teilweise gearbeitet, dass man sich für jeden abgeschlossenen Auftrag, wo man Geld erbeuten konnte, auch nochmal eine richtig große Schippe privat mit dazu bekommt. Passt daher auf, was ihr mit euren Daten im Internet tut. Überlegt vorher, wenn ihr Anzeigen seht, die zu schön zum Wahrsein sind. Im besten Fall meldet diese Anzeigen und diese Beiträge auch immer wieder. Natürlich hilft das leider nicht sehr viel auf Facebook, da hier keine Menschen so wirklich entscheiden, was gelöscht wird und was bleiben darf. Das ist tatsächlich so ein Problem. Da Millionen und Milliarden Beiträge täglich auf Facebook und auch auf anderen Communities gepostet werden, kann dies auch kein Mensch mehr überprüfen. Es ist schlichtweg einfach auch nicht mehr bezahlbar. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem kleinen Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und euch vielleicht auch weiterhelfen konnte, dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen auch betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Und diese möchten wir schützen. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke jetzt gerne noch auf eins der letzten Videos direkt aus der Playlist. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.